Nächstes Spiel. Okay, Pasi, du bist wieder dran. Ähm... Seit... äh... 58? Wird's 3, wenn's den gibt? Ne. 2... Ne. 1, aber... Alter, ist der lang, ey. Boah, der geht über zwei Seiten. Ja, dann mach, äh, 61, 1. Eine Frau kommt vom Einkaufen, als ein Mann aus dem Gebüsch springt und sein Mantel mit nichts drunter aufweist. Daraufhin klatscht sich die Frau an die Stirn und sagt, Mist, die Schrimps vergessen. Kenne ich auch nochmal nicht so witzig. Aber Hauptsache-he-he-he machen, ne? Dhehehehe. Dhehehehe. Heheh. eh See sage ich auch immer Okay, 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 Jungs. Rom führt, Piraeus führt, Molde führt mal wieder. Mann, 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 nur. Alter, hat's auch von einem rausgehauen. Wobei war auch nicht so schwierig. Generell die deutschen Mannschaften, vor allem in der Europa League, haben sich hier sehr gut drauf. Aber nächstes Jahr gibt's auch den internationalen Cup, und da ist es viel wichtiger. Der wird richtig gut, ja. Wer spielt denn da einander? Glaubst du, Brauchse? Ja, auch. Glaubst du, wir werden siebte? Nee, sechste. Nein. Weiß siebte, siebte. Pokalsieger wird's entweder Dortmund oder Leipzig, denke ich. Dann reicht der siebte dafür, für den Top. Für den Top, äh, Cup. Wie heißt der jetzt genau? Conference League, European Conference League. Ja, keine Ahnung, irgendwas mit C. Ja. Oh, Cup. Oh, fuck. Der heißt ja noch Cup. Einfach nur Cup. Unwichtiger Cup. Ah, ich kann da. Ah. Ah. Ah, das ist ein halbes Weg. Muhammadu, wieder solltest du. Ich habe mich aber nicht gewundert, wenn er gegangen wäre. Mich auch nicht. Ups. Ich habe mich damit gerechnet, dass du einen Schritt neu hinten machst. Nein. Hämnden. 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 Hast du mich schnell gemacht, würde ich sagen, ne? Also, die Toilz, Toilz aber an den Beinen rauslaufen, das ist wirklich eine absolute Katastrophe hier in dem Spiel, ey. Oh, was für ein Kackpass, ey. W-W-Wattenwurstpass. Richtiger Wurstpass. Hat er. Zack, hat er. Ah, shut up. Boah. Ich bin alle rein, Mann. Aber langsam ist es doch echt, ey. Schön Y-Pass. Ja, heute treffen wir wieder die, die ganz großen Kandidaten, also die richtig krassen Kandidaten hier wieder mit ihren Epsilon-Pässen. Wenn die wenigstens schön rausgeführt werden, aber sind sie auch nicht. Ne, einfach warten, bis alle auf der Gegnerseite sind, dann schon im Konter. Und wir sind aber auch relativ anfällig für solche Spielweise, also kommt noch hin zu. Aber trotzdem finde ich es schöner, wie wir, äh, spielen. Lass doch weiterlaufen. Lasslaufen. Oh, oh, das ist jetzt noch. Oh. Ich bin auch mal perfekt für Konter. Das riecht mich gerade auf. Oh. Das wird eigentlich magisch drin. Ja, das wird eigentlich magisch drin. Oh, I don't. Mann, hört doch mal auf, alles von mir zu blocken hier, äh. Ach, das war keine Ecke. Komm, träg's noch mal, Hurensohn. Oh, oh. Komm, langsam der Gedanke, dass heute kein guter Piepertag ist. Ja, mit Wurken, Bock mehr. Mach das Update, das hielten wir, nur noch Rainbow. Scheiß roten Balken, verfickte, verfickte, fuck, 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 fuck. Wir haben ja schon die ganze Zeit gelb von Wurkenbalken. Aber was sollen die Wichse, ist ein Romischmann. Ach, schade. Schönes Zusammenspiel, aber. Ah, wie schnell die da wieder sind. So, komm. So, komm. Aber sofort mit mir. Oh, jetzt geht's los. Vom Falk den Scheiß doch schon ab, äh. Ich bin ja noch ein Tor. Ist ja bei 59 Sekunden haben die die Ecke bekommen. Der lässt noch bis 2 Minute 13 laufen. Ja, sicher. Gute Nachspielzeit. Was ist das? Ich glaub nicht mehr. Oh, tock mal wieder zurück. Warum haben die nicht das Spiel 8-0 gewonnen oder so? Ging. Die Name. Warte, die haben nur 2-0 gewonnen. Das ist ein Spiel. Ja. Dynamo 2-Grepp. Dynamo. Wie war das Licht, Fahrrad, Fahrrad, Licht, Dynamo. Ja, genau so war das. Irgendwie so war das, ne? Irgendwie so war das. Ich glaub irgendwie so war das auch. Irgendwie so, ja. Oh. 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 Das ist doch. Verarscht. Oh. 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 Wundert mich ja, dass das nicht gepackt worden ist. Alter, kann er zu uns springen der Ball? Nein, das ist einfach, oder? Und wieder Zweikampf gehabt ohne Beide. Oh, ich hab mal gewonnen. Ich hab einen Ball gewonnen. Oh. Was? Was war das denn? Bullshit. Was war das denn? Fick dich doch, du Hurensohn. Ey, du hast mich weggekriegt. Ich glaube, ich rät schon. Oh, der hat sich durchgesetzt, der Wahnsinn. Oh, da macht er da die Wunsch. Keine Foul. Aber es war eine von mir, die war ein Foul. Ist klar. Die Aschiri ist auch als Känzer zu nahe an der Wand geschaukelt. Alter, der Skopper. Oh, Mann. Da hat er alles im Griff. Wie geplant. Ah, jetzt macht er das. Und weiter. Boah, der hat's voll schnell. Das war scheiße. Haben die selber gemerkt, glaube ich. Ah, nicht. Wollen wir jetzt lustige Sachen machen. Boah, wow. Stark. Stark. Wow, genau zwischen euch. Das ist ja nicht mal, was ihr vorhat. Ich wollte einfach nur einen von euch beiden den Ball spielen. Hat der Spieler, also hat FIFA gemerkt, dass ich nicht wusste, wen ich von euch beiden spielen wollte. Also im Sinne von, spiel mal in die Mitte von beiden. Ne, war kein Fall. Kommt schon an. Ah, schön. Schade. Ich hab so eine Munde geklopft bei dem. War auch freundschaftlich gemalt. Ja, jubel. 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 Wo ist der Kwe? So, komm, danach noch ein Spiel und dann machen wir es. Nee, ich bin gleich wieder weg. Ach, kommt das, Digi. Kein Bock drauf. Das ist scheiße. Fuck mal, Rabe. Geiser Mods. Mods Gaudi ist das. A Mods Gaudi! War kein Faust, ja, du. Ach, schön. So, ne, hab ich schon Bock. Scheiße, ich hasse FIFA. Aber wir könnten ja die Tage mal mit dem Rainbow laxen. Ja, dann verkackt das Update jetzt nicht. Nein, mein ich. Ich lass einfach alles an. Guck, wie das aussieht. Ach, oh, ich bin mal Papier. Ich kann schon mehr mitzocken. Ich muss trotzdem was zu meiner Freundin machen, sonst haut die mich und schlägt mich. Ist das aufgenommen? Es sei, er hätte es, er hätte es eigentlich verdient. Schlägt es! Scheiße, wie du gerade warst. Tatsächlich. So, Adi Lachs, bitte, Panlachs, ne? Jo, schlaf gut. Endlich ist er weg. Safe. Was spielst du noch? Sollen wir noch was machen? Ja, könnt gerne noch was jocken, ja. Auf was Bock? Bin bei allem dabei. Bock, gelieb ein bisschen? Ja, können wir machen.